Meine lieben Filmfreunde, im heutigen Video gucken wir uns die abartig geile Trick or Treat Studios Figur zu Artworklown an, welche ich mir zuletzt via Amazon Deutschland bestellt habe. Und das war eigentlich ein Angebot von Amazon.com, aber man konnte das aus Deutschland heraus bestellen, ohne irgendwelche Zusatzkosten. Insgesamt war die Figur dann bei 153 Euro. Bei den Trick or Treat Studios gibt es diese Figur noch auf der Seite für 129,99 Dollar. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die nach Deutschland versenden. Wenn ja, muss man natürlich Importkosten und auch eben noch Zoll dazurechnen. Es gibt ab und zu immer noch ein paar Ebay-Angebote, die wechseln ab von 350 Euro bis ja so 130 Euro. Aber da kommen dann auch nochmal Versand- und Importkosten dazu. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze nach Hause kommt, wenn man es sich neu bestellt hat. Da ist alles noch original verpackt mit Folie. Es gibt auch immer wieder ein paar gebrauchte Angebote zu dieser Figur. Also wie gesagt, da muss man einfach mal die Augen offen halten. Der Karton selbst, der sieht eigentlich recht cool aus. Hat ein paar coole Motive auf der Vorder- und auf der Rückseite. Die eignen sich dann auch ganz gut im Regal als Hintergrund und da kann man dann seine Figur schön davor stellen. Das passt an den Seiten, haben wir überall nochmal den Schriftzug drauf. Terrifier und wenn man das Ganze aufschlägt, hat man dann hier so eine Art Vorschaufenster schon, wo man sich die Figur angucken kann und sieht, dass die hier auch sehr sicher verstaut ist. Wie man hier schon ganz gut erkennen kann, gibt es ein paar weitere, ja wenige, aber kleine coole Accessoires mit dazu. Wir haben neben den normalen Händen auch noch zwei Ersatzhände. In der einen ist schon so ein Skalpell drin und die andere Hand, die ist offen und dazu gibt es dann noch eine Säge dazu. Das schauen wir uns gleich an. Aber zuerst gucken wir uns erstmal diesen Kopf an und der sieht richtig klasse aus. Also das erkennt man sofort, dass das David Howard Thornton als Art of Clown ist. Wenn ich da zurückdenke an diese Figuren, die ich zuletzt bei der Filmbörse gesehen habe und die auch gut 100, 120 Euro gekostet haben. Also kein Vergleich. Und hier haben wir dann eben diese Hand mit dem kleinen Skalpell drin. Und dann haben wir die offene Hand mit einem abstehenden kleinen Finger. So cool, dass man hier auch die Fingernägel sieht und die Blutspritzer drauf. Das ist richtig geil. Die kleinen Details auch bei der Säge, die Abnutzungserscheinungen, die Kratzer und auch ein bisschen Rost. Also das ist alles schon sehr detailliert gemacht. Die Hände lassen sich dann auch ganz einfach tauschen, einfach abziehen und die andere Hand draufdrücken. Und bei der Säge muss man ein bisschen fummeln. Aber wenn man es dann mal raus hat, dann hält die eigentlich auch ganz sicher. Die Kleidung selbst fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an. Eher günstig wie so ein günstiges Kostüm für einen Faschingsball. Wie man sehen kann, ist oben dieses Halsteil mit angenäht. Und auch diese Puschel, ja die sind schön weich und flauschig. Das geht in Ordnung. Genauso wie die Schuhe. Die sehen richtig cool aus. Haben Abnutzungserscheinungen oben drauf und auch unten an den Sohlen. Sieht es so aus, als wäre Artwork Clown schon ein paar Meilen damit gelaufen. Auf der Rückseite haben wir dann noch einen Reißverschluss. Da kann man das Ganze aufziehen und Artwork Clown ausziehen. Wenn man zum Beispiel auch noch Michael Myers von den Trick or Treat Studios hat, kann man da auch die Kostüme tauschen. Das ist ganz witzig. Und die Figur selbst kommt dann im Maßstab 1 zu 6 daher und ist so ungefähr 30 Zentimeter groß. Das Highlight ist dann aber auch ganz klar dieser abartig geile Kopf. Etwas, das mir bei dieser Figur gefehlt hat, ist aber ein zusätzlicher Ständer. Den gab es früher mal zu erwerben. Also bei den Trick or Treat Studios im Shop gibt es aktuell aber leider nicht mehr. Zumindest habe ich da keinen gefunden, sondern nur noch irgendwelche Aufsteller für Halloween. Die sehen eigentlich ganz cool aus und da wäre es natürlich auch super, wenn man so einen Ständer für unseren Artwork Clown hätte. Der steht aber auch von ganz alleine. Ja, muss man ein bisschen umeinander fuchteln, aber mit etwas Fingerfertigkeit bekommt man das Ganze schon hin. Er lässt sich ja auch in alle Richtungen hier, die man sich nur vorstellen kann, bewegen. Von den Gelenken her, an den Armen und auch an den Beinen und selbstverständlich auch am Kopf. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus!